In diesem Video gehen wir auf die grundsätzlichen Anforderungen der MDR ein. MDR, das ist die Medical Device Regulation für Medizinprodukte. Die MDR ist ein sehr umfangreiches und komplexes Regelwerk, das letztlich das Inverkehrbringen von Medizinprodukten in der EU regelt. Die MDR umfasst dabei sämtliche Aspekte des Herstellers, das heißt der Prozesse des Herstellers, sowie des Produktlebenszykluses. Sie definiert ganz klar Pflichten verschiedener Wirtschaftsakteure. Ein Wirtschaftsakteur ist zum Beispiel ein Inverkehrbringer bzw. Hersteller, Importeur, Händler oder Bevollmächtigter. Bevollmächtigten brauchen Sie, wenn Sie Ihren Sitz außerhalb der EU haben. Der absolute Fokus der MDR liegt auf dem Risikomanagement. Risikomanagement bedeutet Risiken erkennen, also identifizieren, analysieren und minimieren, weil das Ziel der MDR ist es letztlich, dass sichere, leistungsfähige Produkte auf dem Markt bereitgestellt werden. Wenn das Produkt erstmal im Markt ist, geht es weiter, dann sprechen wir über die Überwachung nach dem Inverkehrbringen. Das ist ein großer Punkt, der entsprechend prozessual in Ihrem System abgebildet sein muss. Es geht darum, auch sicher zu sein, dass man alle Risiken im Vorfeld erkannt hat und aber auch entsprechend auf später erkannte Risiken reagieren kann. Ein weiteres Element der MDR ist die Eudermed-Datenbank. Die Eudermed-Datenbank ist das zentrale Instrument, auf dem sich Hersteller registrieren, indem Produkte registriert werden, indem Bescheinigungen der benannten Stellen abgelegt werden, indem aber auch Dinge wie zum Beispiel Produktrückrufe abgewickelt werden. Zum Ende des Videos noch, wer ist alles mit dabei in der MDR? Ganz klar haben wir einmal grundsätzlich den Hersteller, der das Medizinprodukt erstellt, in Verkehr bringt. Dann haben wir die Überwachungsbehörden der Länder. Die Überwachungsbehörden schauen natürlich, was macht der Hersteller und die schauen aber auch, was macht die benannte Stelle? Die benannte Stelle ist die dritte Rolle. Die benannte Stelle unterstützt beziehungsweise muss genutzt werden, um ein Konfront-Heads-Bewertungsverfahren höherklassige Produkte überhaupt bestreiten zu können. Bedeutet im Klartext, wenn Sie zum Beispiel ein Klasse-3-Produkt, einen Herzschrittmacher in den Verkehr bringen wollen, geht das eben nicht ohne benannte Stelle, die Ihnen zum Beispiel eine Aktenprüfung abnimmt und aber auch Audits bei Ihnen vor Ort umsetzt. Wie eingangs schon erwähnt, die MDR ist relativ komplex und umfangreich und deshalb gibt es bei uns hier bei der Forrest AG das entsprechende maßgestaltete Seminar dazu. An dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit